Der Große hat seinen letzten Wunsch gehabt. Die Münzen. Lange nicht mehr gesehen, Panza. Wir gehen jetzt aber rein und für raus. Haben Sie die Münze? Wo ist jetzt die Münze? Die Münze ist weg. Wir werden uns jagen. Herzlich willkommen, Marseille. Ich wüsste dich. Wo ist die Füße an den Münzen? Ja, scheiße Papa, wir haben es verschissen. Du, super gemacht. Also ganz Leiber und ich bin so stolz auf dich. Wir kommen aus der Scheiße hier raus. Natürlich kommen wir aus der Scheiße hier raus. Und es ist doch Familie! Und wer sind Sie jetzt? Der Pivka. Weiß Sie, ich kenne Sie nicht, aber ich sehe Ihre Hoden. Und gefallen Sie Ihnen? .